Hi! Herzlich willkommen zur Einleitung in diesen Selbstlernkurs. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, dich mit dem Thema Konfliktlösung zu beschäftigen. Egal, ob du selber eher konfliktscheu bist oder schnell an die Decke gehst, ob du einen Konflikt mit einer Einzelperson hast oder in einer Gruppe oder vielleicht auch gerade gar keinen und dich nur für die Zukunft vorbereiten willst. In diesem Kurs findest du Strategien, Modelle und Werkzeuge, die dir dabei helfen, deine eigenen Konflikte gut lösen zu können. Ich bin Alex. Ich bin ausgebildeter Mediator, moderiere und leite seit vielen Jahren Seminare und Workshops für Aktivistinnen und begleite Gruppen in ihrem Engagement.